Nach dem 3-0-Sieg gegen Leverkusen und dem 2-1-Erfolg über Standard Lüttich wartet nun in der Bundesliga Borussia Mönchengladbach auf die Eintracht aus Frankfurt. Im Vergleich zum Spiel gegen die Werkself am vergangenen Wochenende wird in der Abwehrkette mit großer Wahrscheinlichkeit Abraham für den verletzten Touré einspringen. Schon gegen Leverkusen war er für ihn hereingekommen und feierte dann unter der Woche gegen Lüttich sogar einen Torerfolg. Auf der rechten Schiene könnte erneut Dacosta der Rotation unter Trainer Hütter zum Opfer fallen, da er zuletzt dreimal starten durfte. Hier steht wie immer Durmbereit. Vorne bleibt abzuwarten, inwieweit Dost und Silva ihre Blessuren auskurieren. Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel brachte Hütter allerdings auch Kamada als zweiten Stürmer neben Paciencia ans Spiel. Dort hatte er bereits gegen Lüttich in der zweiten Halbzeit gespielt und seine Sache sehr, sehr gut gemacht. So würde ein Konkurrenzkampf mit Zou vermieden, den wir weiter in der Anfangself sehen. Falls Dost oder Silva einsatzbereit sein sollten, ist die Besetzung des Sturms aber komplett offen. Hier wären alle drei denkbar. Zudem würde Kamada dann wieder Druck auf Zou aufbauen.